Wir haben uns hier heute versammelt am Theaterplatz 4, um der Lotte Bauer zu gedenken. Lotte Bauer war das Mädchen einer jüdischen Familie in Erlangen, die 1933, 1934 nach München gezogen sind, weil sie hier in Erlangen von den Nationalsozialisten verbal und auch körperlich attackiert wurden. Hier wurde heute von dem Herrn Demling der Stolperstein verlegt. Die Stolpersteine stehen in ganz Deutschland für die Erinnerung und dem Gedenken der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. Die Stolpersteine stehen in ganz Deutschland, die Stolpersteine stehen in ganz Deutschland. Die Stolpersteine stehen in ganz Deutschland als Deutschland. Die Stolpersteine stehen in woke 2004, die über N冬